Ja das stimmt. Das stimmt, in der erste Runde war es damals noch lustig. Na gut, die zweite ging auch noch, aber danach war das dann wirklich irgendwann mal. Guck mal, hab ich ja gerade jemand gesehen? Ne, 1, 2, 3, ach die sind alle dort. Nein, ma, ma... Was? Komm zurück Quentin, was ist los mit dir? Na ja, ein liebes Bub und komm zurück. Weg! 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 Oh, 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 oh. Ah! Ah! Sir? Ah! Das schaffst du das noch! Das schaffst du noch, im Premium Pass. Schaut da bloß noch Info an, ne, ich hab zu spät gedrückt. Bist du voll gefressen? Hat's wenigstens gebundet. Quentin hier, ist hier voll am Schell dran. Quentin saß hier auch noch irgendwo, den hab ich schon im Scheuen gehört. Wow, halt im Nehmen, wuuu. Den hab ich jetzt nicht kommen sehen. Nein, oh scheiße, ich hab mich zum... ... und zu. Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh!! Ahhhhhhh! Hmhmhmhmhm. sehr schön Hm, vielleicht war es ein bisschen zu viel. Nein, aber bleib doch stehen! Eine Giftnudel. Das ist scheiße, ja da greifen wir nochmal dran. Das ist schon mal, Fräulein. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Ah! 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 Nein, verdammt. Hm, war bloß Nei, was Teller? Nei, ja. Nein, wo war denn der jetzt? Äh, hallo? Was geht denn bei dir? Was tut der? Ja, natürlich besser wie nix. Und es ist doch schön, dass du überhaupt was hast. Ahhhh! Ahhhh! Kleine Miese! Das ist die Flütteku. Hehehehe. Ich beschwere mich da gar nicht. Habe ich mich die letzte Zeit jetzt nochmal beschwert? Na siehste. Hab ich mich die letzte Zeit beschwert? Na siehste. Ahhhh! Da ist die Hienste. AAAAAH! ��ey! Oh sie hat's sterben lassen. gab's noch für keine Suche oder? Okay, dann fangen wir hinten unsere Suche an. Die ist hier irgendwo gewesen. Hmm. Wodens, kid. Nein! Scheiße. 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 Die Frage ist aber, wo ist die Falt hier? Ich hab die Falt hier nicht gehört. Ich hab die Falt hier nicht gehört.